Gucken und zwar war ich hier drüben noch Alter wie die im Stau stehen dort drüben, da geht doch gar nix voran So, ich hab jetzt 4000 Kisten hier und 1000 hier Die werden nicht exportiert, okay Ähm, dann geh ich mal schnell in meine andere Stadt und baue das, ja Tja, es dauert eh noch, bis die beim Pascal durch sind irgendwie Ja, ich musste ja auch erst immer noch produzieren in der anderen Stadt Deswegen mach ich das schnell da drüben und dann soll das gehen Jetzt ist man wieder ein sehr schönen Laderwitzschirm hier Ich baue da gerade meine Stadt Deine erste? Ja Was machst du denn da oben noch einen Megaturm rein? Nö, guckst du mir da Seh bloß, dass alles Stau ist Oh, hier ist eigentlich gar kein Platz für so'n kommunist Handelsziel pur Außer ich mach den Flughafen weg, oder? Da sind sowieso keine Passagiere Flughafen brauchst du denn, ne? Ist Schwachsinn, das wird damals so eingeredet Ja Ich auch, Schwachsinn Oh, ich auch Schwachsinn, ey Nichts wieder beleidigend werden Oh, der Transporter ist beim Pascal durch Jetzt ist er auf der Verbindungsstraße Oh, jetzt ist er gleich in der Stadtgrenze drinnen Oder an der Stadtgrenze Oh, jetzt ist er umgekehrt Was? Was macht der? Oh, jetzt fährt er wieder zurück Jetzt kommt er wieder Philipp, du lächst da nur noch Ich hab kein einziges Wort verstanden, ne? Ist in Ordnung Ich auch nicht Jetzt geht's wieder Ich kommentiere bloß, wie der Transporter fährt Ist so Er ist jetzt abgebogen Und jetzt Und jetzt Sie sind tausend Kisten da Jetzt sind sie da Tausend Wie viele hast du geschickt? Tausend So, wir wollen die mal weiter zu schicken So, hier drüben habe ich jetzt alles Warte Lokalen Verbrauch Und Lokal Okay, hier drüben habe ich jetzt auch wieder für 16.000 TV-Dinger Platz Und ich schicke die jetzt sofort weiter an das Ding Genau Dann gehe ich jetzt in meine andere Stadt Und Produktion jetzt Geschenk schicken Ja, aber es dauert vielleicht noch ein bisschen, weil ich es gerade erst gebaut habe Ich weiß, dass im City ist nicht immer so schnell Jetzt, ja Geschenk schicken Bist du noch an Chemnitz, Philipp? Ja Jetzt sehen wir die Kisten los Okay Dann schicke ich dir jetzt noch 7.000 Kisten, ja? Kannst du mehr schicken Nein, mehr habe ich gerade noch nicht Dann noch So habe ich geschickt Noch sind die Kisten nicht zu dir bei mir Die warten doch Die werden gerade noch versandfertig gemacht Alles kann sein Warum bin ich jetzt schon wieder 20.000 im Minus? Alter, meine Spezialisierung 15.000, Alter Ja, läuft Ja, Minus 15.000, meine ich Ich habe 6.000 Minus Und 10.000 Plus Bei Spezialisierung Ja, ich habe nur 3.000 Plus Weil ich die TV-Kisten gerade nicht verkaufe Wollte ich die verkaufen Dann würde ich ja plus von Ende machen Eigentlich, dass meine Stadt hier noch pleite geht Und verschicken, da ist Geld, ne? Oh, scheiße Ich habe irgendwo ein UFO Da ist es So, jetzt mache ich wieder gewinnen Hier haben wir die Steuern angerufen Fertig Ryan, wie weit ist eigentlich dein Update? Ähm, ich muss das Ich muss das ja neu starten Bei der Hälfte circa Okay Warum musstest du das jetzt neu starten? Weil es einfach abgeschmiert ist Es ist keine Reaktion mehr Nicht mehr reagiert Ah, was für eine Scheiße Wieso werden ja die TV-Kisten versandt Fertig gemacht Tausend Kisten werden geliefert Sagt er mir immer noch Doch, die sind Die sind gerade bei Pascal Bei der Stadt da so Da sind die ganzen Kisten Achso Also ich sehe die hier zumindest Ja, ich sehe die hier gerade so Die fahren da die Straße so langsam lang Ah, du meinst es die die von mir zu Äh, von dir zu mir kommen Ja Na, weil die müssen ja auch durch Pascal seine Stadt Die von mir zu Chemnitz kommen Ich meine jetzt die gerade die von mir zu dir gehen Achso Da passiert irgendwie nix Okay Also meine sollten jetzt eigentlich raus sein Die sollten jetzt bei dir ankommen Mal sehen, ob ich die sehe Vielleicht musst du in der anderen Stadt sein, damit es funktioniert Ja, aber ich bleib jetzt erstmal in der hier Oder wenn deine Lage halt vor ist, muss ich rüber gehen Hm Wenn du noch mal kannst Ja, jetzt sehe ich die auch wieder, dass die kommen Na, kann ich jetzt nochmal 10.000 checken 8.000 8.000, ja Gut, dann schaue ich die nochmal 8.000 Und jetzt müssen wir erstmal warten, dass sie alle bei dir angekommen sind, ne? Hm Die anderen sehe ich jetzt auch gerade, dass sie wieder mitten in der Stadt feststecken Hm Dann werde ich die anderen jetzt mal verkaufen, nicht, dass meine Stadt hier noch bankrott geht Aber ich glaube, das ist ohne Gott das wahre, wenn wir das jetzt die ganze Zeit so machen, oder? Ja, wie willst du das anders machen? Willst du da drüben erst noch so ne ganze Industrie aufbauen? Ne, das Zeug einkaufen Ja gut, könnten wir auch machen Kostet nur ein bisschen Ja, aber Ja, 120.000 Ja, aber trotzdem so viel Zeit wie mir verplemert dafür Na gut Achso, das Geschenk wurde jetzt gerade verschickt mit den anderen Ja, die geschenkten TV-Geräte hängen an der Grenze fest Zoll will sie anscheinend nicht Ja, Philipp, wir können sie so machen Wir machen 16.000 Haben wir jetzt ja schon, ne? Dann schicken wir die erstmal rüber Und dann machen wir Also 32.000 schicken wir so rüber Und den Rest können wir einkaufen, ne? Ja Weißt du, 45.000 brauchen wir Ja, da reichen doch 16.000 jetzt für den Restkurven mal ein Das ist doch nicht so viel Na, du kannst ja nicht einkaufen Muss ich ja alles einkaufen Warum kann ich den nicht einkaufen? Na, weil du doch nur hier Flughafen hast Achso, ja Ich muss erstmal sagen Ach, ne, warte mal Du kannst Ne, du kannst mir ja trotzdem rüber schicken Stimmt ja Ja, genau Wenn aber Muss es so Okay, dann machen wir das so Und dann machen wir das so